Ich muss schon wieder nach Candyland. Ich weiß nicht, warum Twitter mich immer nach Candyland schickt. Oh, schöne Aussicht von hier oben. Dennis Crossy-Loo. Aber zumindest ist die linke Seite inzwischen fertig. Die rechte Seite muss gemacht werden und ich würde sagen, hier mache ich als erstes mal die Bäume weg. Weil die sind... Es geht einfach schneller, wenn man nicht ständig sich durch Laub kraxeln muss. Also mache ich hier jetzt immer ganz viele Bäume weg. So. Vor allem, aber das muss man ja jetzt auch mal sagen, dass ich hier mit dem Shader-Pack doch so richtig schön natürlich aus. Hier die Blätter. Es sind jetzt wirklich einzelne Blätter und keine Blöcke. Das gefällt mir wirklich sehr gut in diesem Shader-Pack. So, und ich muss hier natürlich gucken, wie weit müssen die Bäume überhaupt weg. Weil es muss ja nichts abgebaut werden. Es muss ja keine Natur zerstört werden, wo Wald stehen bleiben darf. Das wäre ja schade um den Wald, dass sie jetzt einen etwas größeren bauen. So, wir haben dann alles weg hier. Weg da. Okay. So. Ja, und ähm... Ich habe auch letztens mal die Axt repariert. Die war wirklich... Ich meine, das muss man auch immer schaffen. Eine Netherite-Axt-Metallbarkeit... ...drei. Wirklich komplett, äh, down zu kriegen. Aber hier sind halt einfach sehr viele Bäume auf dem Gelände von Candyland. Ja. So, aber da ich jetzt nichts zu erzählen habe, würde ich sagen, gehe ich jetzt in den Speed und hau einfach mal ganz viele Bäume weg. Ja. Eieiei, wie hier die Sonne reinscheint auf das Egal. Ja, ja, da scheint die Sonne rein. Ziemlich heftig. Gut, einmal kurz Hände waschen. So, okay. Ja, wie sieht es denn jetzt aus? Ein kleiner Zwischenstand mal. Von hier oben geguckt. Nach einem Tag. Ja. Immer noch ziemlich viele Bäume da. Und vor allem bei den großen, vermute ich mal, dass da irgendwo noch Holz drin versteckt ist. Das ist halt wiederum ein Nachteil der realistischen Blätter. Man sieht, äh, das Holz hat nicht mehr so gut. Naja. Das ist halt wiederum ein Nachteil des Blätter. So, also ich denke mal, zum großen Teil habe ich die Bäume dort jetzt alle entfernt. Und wenn ich jetzt mal ins Inventar gucke, ja, Holz brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr zu farmen. Aber da hängt es immer noch zwei ziemlich hässliche Baumkronen. Und daher gehe ich mal ins Lager und hole mir ein Feuerzeug. Ähm, ja, weil... Mit so einem Feuerzeug... Könnte ich vielleicht schnell entfernen. Äh, warte mal kurz. Feuerzeug ist bei Werkzeuge. Werkzeuge, Kampfwerkstoffe, Werkzeug da. Okay, dann kommen wir mal ab. Äh, hier zufällig ein Feuerzeug drin ist. Ja, uh, da sind wir fast kaputt. Oh, mein Inventar ist auch fast voll. Ich kann zwei Feuerzeuge mitnehmen. Gut, dann schaue ich mal, ob ich noch ein zweites finde. Hier sind die Feuerzeuge drin. Ja, da nehme ich noch mal so ein zweites, fast kaputt ist. Und dann wollen wir doch mal zurückgehen nach Candyland. Candyland ist da. Okay. Dann... Oh! Aua, was war das denn? Äh, ja, da sind wir wieder bei Candyland. Und... Ne, im Haus natürlich nicht mit, äh, Feuerzeugen rumspielen. Wir gehen am besten halt drum rum. Und dann will ich mal schauen, ob ich... Diese... Jetzt darf die Sonne ruhig untergehen. Weil jetzt gibt's Feuerwerk, also Lagerfeuer. Ob ich diese letzten, äh, Überreste dort, äh, wegkriege. So, und, äh, habe ich noch vier Gerüste? Das war wenig. Naja, da wollen wir mal. Denn schwimmt doch auch noch welche. Ja, war ich doch schon fällig. Wieso schwebt hier denn noch was? Äh, gut, dann einmal hier hoch. So. Und dann, ich sehe, das Holzjab ist hier hin. Dann zünden wir hier einfach mal alles. Oh, das war schon das erste Feuerzeug. So. Und dann, das war das auch mal schön verbrennen hier. Und dann machen wir da drüben gleich weiter. So. Ähm, einmal hier. Geh ich noch mal ein Hänger hoch und da hoch und dann hier. So habe ich immer nur so wenig Gerüst dabei. So. Autsch, au, 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 ich brenne, ich brenne. Ah, da kann ich. So. Kann ich auch von hier unten machen. So. Ah, so langsam dämmert es auch. So, da alles schön beleuchten. Es wird nämlich dunkel. Oh, Mist. Hier sind schon das zwei. Wollte, ich hätte auch mehr Feuerzeuge mitbringen sollen. Und schauen wir uns das nochmal von da oben an, wie es jetzt aussieht. Komm schon, da hoch. Wie sieht es denn jetzt aus? Ah, jetzt muss die Sonne mal schneller untergehen. Schneller Sonne. Äh, äh, äh. Ah, der erste Baum ist schon da links weg. Und da, oh, das geht aber schnell. Ja, schön. Schön, schön, schön. So, ja. Hm. Ich habe tatsächlich nicht genug Feuerzeug mitgebracht. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Äh. Aber hier ist jetzt auf jeden Fall nichts mehr im Weg. Da brennt noch ein Holzblock, der da brennt, oder? Ist das ein Holzblock? Keine Ahnung, er ist weg. Na ja, dann gehe ich jetzt nochmal ins Bett. Und dann schaue ich mal, ob ich noch die letzten Bäume, die jetzt auf dem Gelände sind, auch noch fortkriege. So, die Klotnester sind inzwischen alle weg. Und ich schaue mal, da sehe ich doch noch einen Baum. Der will noch weg. Da, sogar noch mit, mit komplettem Stamm. Ja, dann machen wir den einfach komplett weg. So, was haben wir hier unten noch? Ist das hier auch noch ein kompletter Stamm? Warum ist hier denn noch so viel Lauf? Oh, da hing das alles an dem einen Stamm dran. Na gut, dann die Spawn mal in Ruhe. Da sehe ich auch noch einen Stamm, der weg will. So. Alles weg da. So, dann wollen wir noch was. Hier ist noch ganz viel Lauf. Ist da auch irgendwo noch ein Stamm drin? Schauen wir mal. Ja, da ist noch ein Stamm drin. Den mache ich auch noch weg. Einfach von oben runter. Sehr schön. Dann, hier ist auch noch einer. Ja. Ja. Und hier ist ein Loch, okay. Ja, aber ich denke mal, ah, da hinten ist noch eine Baumgröne. Da bräuchte ich jetzt noch ein Feuerzeug. Wo ist denn hier noch? Ne, da muss ich jetzt schauen, wo ich da noch einen Stamm drinne finde, der das Dispawnen verhindert. Da, ich sehe ihn doch schon. So, weg damit. Und dann hoffe ich mal, dass der Baum ist auch Dispawnt. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. So, am Schluss kann ich ja schauen, ob ich jetzt zufällig auch Erde dabei habe, dann können die nämlich da vorne dann, ja tatsächlich, dann können ich da vorne auch direkt weitermachen, die Bäume, ach Quatsch, die Erde weiter anzupassen. Denn nun, wenn die Bäume weg sind, geht es ja nur noch darum, den Rollrasen quasi von hier bis ganz nach da vorne zu verlegen. So, also. Mal schauen, so viel Erde habe ich ja leider nicht hier im Inventar, aber ich schaue mal, wie weit ich komme. Und danach kann ich auch immer noch, man sieht ja, hier sind ein paar Hügel, die über die Größe hinweg gehen. Die kann ich ja dann auch abbauen, da kommt ja dann auch wieder neue Erde bei raus. Allerdings habe ich jetzt so viel Holz im Inventar, dass es sich nicht lohnt, erst abzubauen, weil ich die ganze Erde gar nicht aufnehmen würde. Hier ist noch ein Stück Erde, so. Und, aber ich kann, nach der Hände bin ich das mal gar nicht fertig geworden. So, ich kann nämlich auch von, ja und, ich muss ja nicht mal von oben machen. Aber da hinten ein schöner Berg. Ja, okay. Und dann ist die Erde auch schon alle. Und ich fange mal an, diesen Berg dort abzubauen. Dann kommt nämlich neue Erde bei rum. So, also einmal hier hoch. Und dann kann ich den jetzt Schicht für Schicht abtragen. Hier sind jetzt auch überhaupt keine Bäume mehr. Ist doch toll. So, Schicht für Schicht jetzt weg mit dem Bergelein. So, ich baue jetzt dafür nicht extra ein Leuchtfeuer auf, das lohnt sich nicht. So. 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 man sieht ja kaum noch was außer dem mond dort oben am himmel ich habe es jetzt zwar noch er dem event aber die zeit ist eh um ich glaube ich mache jetzt noch mal licht an und dann schaue ich noch mal wie weit wir jetzt gekommen sind das heißt einmal hier rüber schön ins bälle eingehen so gute nacht und dann dürfte jetzt gleich die sonne wieder die sonne schön auf den schrank scheinen und dann ich denke mal der fortschritt war recht gut also hier das ist schon gut nach da gewandert da hinten sieht man schon wie der weg ist gut der berg ist ein bisschen größer das wird ein bisschen länger dauern aber ja schauen wir doch mal wie es weitergeht ich sage wieder tschüss aber entehrt